So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar sind wir heute, ja, Siege, Goat of Duty, ist jetzt rausgekommen auf Steam. Ähm, Boxstüme? Okay. Ah, es heißt Kostüme. Ach du Scheiße. Boxstüme. Ich kann es nicht mal aussprechen. Ähm, wir haben ja schon einen Goat Simulator total gefeiert. Ja, und dann spielen wir einfach mal online. Goat of Duty. Wer hätte es kommen sehen. Ziegen werden vor ca. 10.000 Jahren domestiziert und in Herden gehalten. Sie haben es absolut satt. Okay, sie wollen halt eben die Weltherrschaft wahrscheinlich und haben keinen Bock mehr. Okay. Okay. Holy, holy. Okay. Also wenn ich, ähm, stürm. Holy fucking shit. Okay. Äh, Optionen. Fündlichkeit runterstellen. Bissoniert. Guck ich jetzt, wenn ihr das Spiel. Okay. Herzlichen Glückwunsch für den Sieg. Wenn ich stürm, kann ich quasi nicht mehr so gut zielen. Bolli ist Platz 1. Okay, die haben alle so kranke Waffen hier dran. Dann quasi. Die Ziegen. Geht das jetzt in die nächste Runde? Oder ein Tod? 100 Erfahrungen. Du hast ein Boxstüme freigeschaltet. In Suda. Okay, nice. Boxstüme. Zukunftsfarben. Stimmen. Was ist denn eine gute Lämmerwüste? Astroberge. Mal nehmen wir mal Lämmerwüste. Ja, jeder nimmt jetzt was anderes oder was? Doch, hier Lämmerwüste. Also, ich nehme Lämmerwüste wird's. Nein. Ramoglow. Ja, okay. Lämmerwüste. Beste Map. Eh, best. Sollte dein Deathmatch nicht gut laufen, gewährt dir der... Okay. Links klick, wenn du bereit bist. Luka. Luka. Ich bin die Luka-Ziege. Pe-peppergeist. Ziegenheld. Zebra-Ziege. Tiger-Ziege. Im Suda. Niveau. Ich habe Niveau 3. Oh, Bolli hat Niveau 12. Und das... X-Klick bereits. New Name. Auf geht's. Was haben wir hier? Das ist Leben. Nein, aber ich weiß nicht. Okay, ich muss springen. Was ist das hier? Nochmal Leben. Ich habe jetzt hier so eine Standardwaffe. Oh, da hast du eine Ziege. Oh, Läger. Kann ich hier irgendwie schneller schießen? Holy cow. Du wurdest von Geronimo getötet. Ich wurde zerfleddert. Heilungsscheiße. Ich brauche irgendwas, was ultra schnell schießt, damit ich nicht so gut zielen muss. Und da ist einer irgendwie richtig krank unterwegs mit Raketenwerfen. Hier liegen noch. Da kann ich ja springen. Okay, so. Alle, weil es denn da so krank unterwegs ist. Brüte, Alter. Du hast Abel getötet. Ach, wir haben alle die Waffe. Okay, also ist das die Granatenwaffe. Oh, aus der Sicht. Hä, was? Hä? Jetzt verstehe ich das. Okay, okay, okay. rumhippen und schießen. Holy cow, was war das? Ich kann irgendwie das so random wie bei der Go-Simulator. Ich kann so erdrücken und dann falle ich einfach hin. Okay, so richtig die Gigi. Kann ich mal sprinten? Vielleicht so sneaky-bicky. Adel ist ein Bruchbrosch. Kann ich hier schießen? Aber vielleicht bist du sneaky-bicky unterwegs. Okay, das ist ja so Gun-Game mäßig. Alter, der hat mir den Kopf abgeschossen. Ich muss quasi einen töten, dann kriege ich eine nächste Waffe oder was? Jetzt verstehe ich das. Ja, übertreibt es, Mann. Holy. Damit ich das selber kaputt machen? Jetzt ist es ja mega. Deswegen finde ich auch keine Waffen. Holy. Ah, ah, ah. Brauche ich eine Heilungsscheiße. Ich bin so luckymäßig irgendwie was. Alle. Wo war die getroffen? Das ist ja mega behindert. Das habe ich jetzt ein... Sucht der sein Ziel oder... Guck mal hier gegen die Wand. Woneinander hoch. Ja, komm, 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 komm. Ja. Alter. Alter. Was hat der? Der Racer-Blade oder was? Okay, das war nicht mein Gehen. Hallo. Ich habe gedacht, hier geht es zu hochspringen. Hier, flasst meine Nades. Brauch die Heil-Scheiße. Boah, das ist richtig schnell. Habe ich was getötet? Komm. Durchhören. Wilder Stier, du hast Arme getötet. Ja, Mann. Easy, easy, easy. Noch einen töten. Oder Zeit ist jetzt nicht gezählt, weil ich dir nicht mit der Waffe getötet habe. Boah, der hat nicht gedodcht. Das hat richtig dodged-Ramme gemacht. Ah, damit so rasierklingen oder was? Äh, jetzt verpisst du dich, weil du merkst, dass du hier keine Chance hast. Heilung. Oh, das ist Bolli gebürtet. Ah, jetzt habe ich die nächste Waffe. Ah, okay. Nächste Waffe. Klee, Dreck, Dreck, tot. Was habe ich jetzt für eine... Ach, ich muss klicken. Ich muss es umgewohnt. Oh. Jetzt irgendwo ist ein Schlawiner. Wie ist der? Warte, er? Jetzt denkt, ich bin tot. Okay, ich denke nicht, ich bin tot. Weil halt auch kein 10 Meter breiter Blutfleck da war. Deswegen konnte er gar nicht denken, dass ich tot bin. Po, die Nate war nice. Ah, ich muss klicken. Boah, es ist obvious. Boah, was ist das? Kann ich... Ah. Oh, ah, okay. Aha. Rampage. Was ist das für eine Waffe? Okay, ja. Nicht richtig. Ich muss erst mal die Waffen checken. Ah, mit rechts kann ich sprayen. Das ist gut. Boah, Alter. Holy. Okay. Ah, der hätte ich gerade richtig reinhalten können. So ist es abgegangen. Alter. Das Spiel ist schon voll übertrieben. Aber ich habe immerhin sechs getötet. Ich bin gar nicht so schlecht. Ich bin einmal Rambog. Geronimo ist einmal Suicide. Serienmörder. Bolli, Bolli. Oh, jetzt geht's ab hier. 10 Erfahrung. Kopfschüsse. Du hast neue... Bobstüme freigeschaltet. Oh, das sah mir richtig nice aus. Ich bin am liebsten direkt... Jetzt spüren wir Astro-Berge. Auf geht's. Eine Ziege ohne Munition ist trotzdem gefährlich. Okay, die Map sieht richtig heftig aus. Ja, ich bin bereit. Komm, Abel. Peppageis. Peppageis. The Crap. Oha. Ja, hätte der direkt... Ah, jetzt ist wieder Raketenwerfer. Oh, man. Oh, shit. Oh, shit. Bin ich da? Bin gar nicht da. Oh, jetzt direkt... Grenze bleibt hoch. Direkt instant. Okay. Das habe ich verbockt. Also, die Worte sind richtig geil. So, meine deutsche Übersetzung. Da muss man richtig aufpassen. Ich glaube, wenn du zu oben bist, ist gut. Bin ich ganz oben? Oh, shit. Oh, le. Boah, das war ein Gutball. Ich glaube, nur nicht so spaßig mehr herrennen. Oh, jetzt wird's schwierig. Jetzt muss ich auch so Granaten rücken, oder was? Ich muss so Granaten regnen lassen. Oh, shit. Bin halt richtig, ein richtiges spaßig rum. Ich bin gar nicht da. Bin gar nicht da. Ganz irgendwie. Nates, wenn du ballern. Oh, wenn der mich sieht. Hier, hier. Du kannst ja wissen. Komm, da musst du jetzt mal einen umkippen. Hä, wo ist der hin? Ich will auf alles. Dann habe ich gedacht, alle. Ah, das ist so eine Ratte. Du wurdest von... Der Kill zählt für ihn. Wahnsinn. Ich glaube, ich muss selber mehr schaden. Einfach, keine Ahnung. Komm, 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 komm. Wohann, wo ist der jetzt aktiviert? Okay. Ist der jetzt tot? Ja, der sieht so aus. Ich war nur kurz irritiert, weil er hat kein Sinn mehr dort. Wo auch ein Blutfleck da war. Komm, jetzt geht ihr mal was auf meine Kappe. Hier, was? Alter. Wow, wow. Ich bin gleich da und Alter. Hallo. Oh, yeah. Voll gut, komm, komm. Boah, ich bin hier. Gold of Doom, Alter. Alter, ich will auch mal wieder ganz oben sein, Mann. Jetzt hier, Alter. Muss mal was sterben. Krieg irgendwie nichts tot. Das irritiert mich ein bisschen. Okay. Kann man es natürlich auch machen. Was passiert, wenn wir beide so gegeneinander bocken? Aber es ist auf jeden Fall mega schnell das Game. Und ich kann es natürlich auch jedem empfehlen, die... Die, ähm, eins... Ne, 5,90 Euro. War auf Runde gesetzt von 6,90 Euro. Haben sie auf jeden Fall komplett rentiert. Und ich war auch, wie gesagt, schon mit Goat Simulator. Oh, shit. Total zufrieden. Kann ich mir jedem nahelegen, das zu kaufen. Der hat sie gemerkt. Holy. Mein halt scheiß. Oh, yeah. Ich schaffe sie halt auch mit dem Ding reinzupöten. Aber ich glaube, mir geht es gerade allen so aus. Ich glaube, der eine hat schon wieder eine andere Waffe. Ah ja, der hat jetzt gewonnen, oder was? Aber wir sind noch beide gegeneinander. Okay, jetzt kommen wir hier. Nicht so dumm runterfallen. Ich muss jetzt hier mal was totkriegen. Irgendwie durch Lack muss doch das möglich sein. So mal einen mit der scheiß Granate zu treffen. Ja, Mann, okay. Jetzt habe ich immer noch diese Kack-Waffe. Ich bleibe jetzt einfach hier oben stehen. Ich hoffe, dass ich nicht durch irgendeine spastische Bewegung runterfalle. Kommen die Granate überhaupt an, oder? Wo ist der da drüben? Komm, der steht doch irgendwo da oben. Alle, wo die Granaten hinfahren. Überall, nur nicht dahin, wo ich will. Jetzt die Runde, glaube ich, ist auch gleich vorbei. Ah ja, okay. Und mich hat es natürlich jetzt auch geholt. Goat of Duty. Oh ja, geiles Spiel auf jeden Fall. Der Mann mit der Brille gewinnt, oder was? Oh mein Gott. Gebt einen Daumen hoch. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt. Und schaut natürlich auch die in anderen Videos rein. Vielen Dank fürs Anschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.